halli hallo hallöchen ja willkommen hier bei kabulator informiert zur lage des kanals ich habe mir einfach ein neues mikrofon gegönnt und ja das ist jetzt gerade mal so ein kleines test video ansonsten gibt es eigentlich nichts neues let's plays laufen in gewohnter manier command conger renegade im wechsel zu warlocks master of the cane und minecraft wird ein bisschen öfters kommen das liegt allerdings daran dass natürlich mit 1 punkt mit minecraft 1.6 dann probleme bei feat the beast auftauchen die welten werden dann nicht mehr kompatibel sein was ich durchaus mehr als nur tragisch finde mehr werde ich dazu dann allerdings bei feat the beast erzählen das hier dient lediglich einfach mal zu überprüfen wie das neue mikro ankommt und so ne also zumindestens wie sich das halt anhört wenn ich mit allem fertig bin gerendert habe hochgeladen habe und so weiter und so fort muss ich ja alles auch noch austesten ja okay in diesem sinne ich hoffe wir sehen uns in einem der anderen let's play projekte wieder in diesem sinne babelibar so so